hallo und herzlich willkommen hier zum ersten folge hier dommage ja ich fahre jetzt Richtung Feldnummer 65, das neue gekauft wurde in letzter Folge über uns haben wir die von uns gebaute Brücke die ja mittlerweile fertig ist, zumindest ein Befahrer ob fertig ist eine andere Geschichte, ich glaube nicht ganz aber fast ich muss es auch nicht meinen, ein bisschen Ausgleich ja hier Anzeige, ich glaube hier das war aber rot, aber unser Anzeige ist fertig auf geht's ja 65 ist nach links und da würde ich mal gleich mal scannen das heißt, das haben wir uns gekauft uns, mir, ich c und das waren wir noch vor, Düngen und Kalken natürlich müssen wir vorher Bodenproben nehmen sonst ist das sinnlos macht ja nix Düngerstreuer und Fassball sind bereits da schauen soll ich möglichst wenig messen muss machen wir die erste Probe hier in der Normalfall wären die Rüben alle jetzt Matsch auch mit Pflegebereitung aber große Beschreibung und eine Ecke kleine Ecke die Ecke fehlt, ne ja gut, wir müssen weiterfahren können ja gut, zu spät das wollen wir mitnehmen nutzt auch nix B das wäre ja wohl zumal nicht schaffen würden, ne so schauen wir mal ein bisschen um die Karte an wie wir Richtung wir fahren das ist genau richtig okay zur nächsten Ecke was hier zu wenig ist ist auf Touring zu viel Regen ich überlege ob ich diesen Gehemod auch für Touring nehmen werde obwohl ich von Sachsen genommen habe eigentlich hoffe dass da später in der Bessung einen tritt jetzt weil das Ganze mit dem Pferdegras nicht klappt das klappen soll das zeigt uns zwar im Ballentresse als Silage an oder als Pferdegras aber zum Plus Silo Gras das ist auch so jetzt ist noch Plan B warten bis es nochmal trocken ist also trocken von der Ernte her also um das Zeichen trocken ist dass dann hier Pferdegras bekommen das heißt die ganze Mähaktion erstmal abbrechen und dann sicher weiter hier machen wir erstmal das Pferdebedünn die Kalken noch eine Bogenprobe gute Mann kleinen Schein mehr bezahlen genau egal ja so das Scandfeld ist eh ein bisschen größer von daher ist er nicht tragisch aber eine schon da da müsst ihr mal gucken ob ich das irgendwie hinkriege das irgendwo irgendwo hier im zweiten Rückenbau und dann alle Ball sind da da entsprechend muss ich mal gucken ob hier auf der Fläche hier da zumindest ein Zwischenlager errichte also und da entsprechend und zumindestens kalt Dünger und also das Zeug hinzusteuern um die weiten Wege zu ersparen Dünger kann man gucken ob ich so ein Lager habe nur für Dünger eigentlich ansonsten muss ich so ein großes Lager errichten als Allgemeinlager wie auf Hof und wenn ich jetzt so kleine Lager mit müssen dann ausreichen da können wir alles rein ne ganz oben und links schon raus ja da können wir alles drin haben ne möglichst hohen Ertrag zu bekommen so 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 da wo ich meinte wo wir anscheinend hochverrichten könnten da ist ein Haus, da ist eine Flacke ist hier ja da ist so eine schöne Fläche frei können wir hier garantiert errichten alle so 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 heißt wir brauchen für den Kalk fang ich mit Kalk an ist die Fläche auf Mainz das weiß ich nicht das kostet Spaß ich habe nicht genügend Geld das das weiß ich mir noch also bevor wir unseren Kalkstreuer ewig weit fahren lassen das dauert dann zu lange so kaufen und zwar die kleine Ecke werden wir kaufen ja von 66 da reicht nicht das Geld das kostet ja ja kostet überhaupt also vom vom Bodenwert Ertragsmöglichkeit 103% das ist viel schluftiger Ton das ist schlecht Leben ist gut Sandiger Leben ja gut aber wie gesagt ein Preis ist es zu teuer so dann wollte ich je mehr so eine Station bauen für Kalk weil Kalk an sich der legt noch nicht her das kann noch ein bisschen dauern aber hier andere Steuer da BGH das ist von Castor die BGH die man sich anbauen kann das habe ich wahrscheinlich vor auf den anderen BGH zu erbauen als zweite Möglichkeit aber das dauert noch ein bisschen Geld verdienen so Hühnerfutter Schweinefutter Samen ich habe doch hier was gehabt hier ich will da ja hier Dünger Bigfoot war gut Kalk da ist ein schöner Weg da kann man lang fahren da kann man so eine Outreise vom kleinen Kurs einfahren und dann hier könnte man ein anderes Lager errichten aber erstmal die Kalkstation noch ein bisschen weiter weg das ist doch ein Weg aber hier so ungefähr kostet ja nicht alle Welt so das haben wir auch große da gut da kann man da anfahren und dann hier zum Feld als Station nehmen müssen wir noch einrichten da können wir gleich mal machen oh ist noch ein Ball hier können wir noch wissen wissen Räuber schön Natur ich bin aber dunkel hier hier wird es bald dunkel das heißt wenn man ein bisschen Gas gehen also Kurs einfahren im Dunkeln das ist blöd und das machen wir gleich zuerst wir müssen ja nur den Punkt anschließen das heißt Kurs zu strenger fahren und dann geht das schon können wir auch ein Düngerstreuer nehmen das ist mit dem oder egal das ist ein Kalkstation 3 der Kalkfeuer wird auch voll sein das macht er neuerdings genug mit dem Scheiß mit dem Mod muss ich wahrscheinlich die aktivieren wenn das so bleibt ich hab's doch nicht aktualisieren sollen hab ich irgendwo ne Reserve? mit dem alten Stand ne mit so weit ist er wie ich doch gar nicht das ist böse 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 lachen also da ist ein Schwarz das ist nicht gut ist doch hier normaler weg und nicht mehr nass oder dreht vorne stärker als hinten müsste ich mal ganz kurz also das ist nicht gut hier ist vom fahren her schlecht mit vollgas zu 15 km h fahren ist schlecht in der teuer ist klar das voll pflegebereitung ist ein thema da ist alles ok aber traktor ist irgendwie unwünftig mal schauen wie viele kurse sind sind einige vorhanden ich wusste ja mal vorher da ich mal den kurse übernommen habe von holger ist die besser hier geht einer ab und ich wollte irgendwie zur kaltstation das heißt da oben also wir werden jetzt kurz in der aufnahmepause in der nächsten folge diesen lot deaktivieren bis es da der besserung gibt so war hier noch ein weg teich weg gibt es ja und zwar hier rein und da abkürzen das ist aber das machen wir nicht machen wir eine Augenhabe besser wenn wir ein bisschen so fahren wir fahren hier querfälle ein ich werde hier eine straße errichten also hier die Ecke ich werde zuerst geradeaus durchfahren und dann einmal abzweiger nehmen für kalt oder was meint ihr ach so auf wird er hier nicht lang fahren ne eigentlich weil ich vermeiden will eigentlich dass etwas gegen vegetation warten müssen darum geht es dass er normalerweise wenn er jetzt hier steht und wartet dass er dann andere vorbeifahren könnte dass er nicht unbedingt auf den ja einen kürzesten Weg nimmt ne also ein der 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 Gibt's doch gar nicht mehr, ob ich das hier mal gemacht Ah, dann machen wir die nächste Folge fertig Ich bin schon, dass das heute schon für heute gewesen sei Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu blöd Tschüss und tschau und dickes Dankeschön fürs Reinschauen Ja, ich freue mich, dass wir da sein Tschüss Tschüss